Geht raus, ihr kleine Sch***, halt in den... Er hat gemeint, spiel mal wieder irgendein Sniper, ich glaub, du würdest gut rasieren mit einer Sniper und ich hab nicht so gesagt, ah nee, Warzone 2 ist Sniper, nicht so, man. Aber wir haben dennoch eine Runde gespielt, zwei Runden sogar gespielt mit der Sniper, wir haben ein Banger Gameplay gejoggt, ein Solo-Warses-Trio mit der Sniper, ein paar nice Shots geht, deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim heutigen Gameplay, lasst unbedingt ein Like da, ein kostenloses Abo da, falls ihr nur auf dem Kanal seid, nichts mehr über Warzone 2, in Zukunft, MW3, Warzone 3, etc. verpassen möchtet, lasst sehr gerne, wenn ihr nichts darum verpassen möchtet, lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da, unterstützt mich auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten, irgendwann mal schaffen wir dieses Ziel, so Gott will. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gameplay, den Loadout gibt's natürlich wie immer am Ende, ich hab die FJX Imperium gespielt, ein wirklich sehr, sehr nice Sniper, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gameplay, ich würde sagen, wir starten jetzt das Video, let's go! Ich PA jetzt und ich wette, irgendwann wird reinlaufen, da ist schon einer. Feindliche Drohne aktiv! Gleich Nessi! Bestätigt, wir haben den Rest... Ich scope die Drohne aktiv! Wir haben den Rest geordnet. Das ist so ein Dachcamper gerade. Aber mir macht es Spaß irgendwie. Das macht keinen Spaß. Ich habe auch keine Pläne. Ich öffne die Kiste hier unter mir und da ist einfach Plattenbox drin. Guck mal jetzt. Der Feind nähert sich. Den Restdruck mit der Tastikkarte aufspüren. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. So, jetzt haben wir die Simplates. Der Feind nähert sich. 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 Das ist ja. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. geht raus die kleinen haltenden war wie die zusammenlaufen bye 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 nein Ja, da, 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 da. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay. So, wie versprochen, kommen wir natürlich zum Lowdown. Wie gesagt, habe ich die FJX-Impedion gespielt mit der MP5, habt ihr gesehen. FJX spielen wir wie folgt. Nilsaun 90-Mündung, Tuning sieht so aus. Dann haben wir den Faden-Head-Low-Tuning sieht so aus. Explosiv-Munition, Tuning sieht so aus. Ihr müsst Explosiv-Munition spielen, sonst ist sie nicht Headshot-One-Shot. In Ranked ist das aber gesperrt. In Ranked gibt es keine Explosiv-Muni. Leute, in Ranked gibt es auch kein Headshot-One-Shot. Aber wenn ihr auf Rebirth und sowas von der bla bla spielt, dann immer Explosiv-Munition dabei habt. VLK-LZR 7-Millewatt-Laser haben wir, Tuning sieht so aus. Und dann haben wir das Forge-Tech Delta-4-Visier, Tuning sieht so aus. MP5 spielen wir wie folgt. Wir spielen den L38 Falcon-Low-Tuning sieht so aus. Dann haben wir die Hohlspitz-Munition, Tuning sieht so aus. Dann das 40-Schuss-Magazin, den VLK-LZR 7-Millewatt-Laser auch hier, Tuning sieht so aus. Und dann haben wir den FT-Mobile-Shaft, den dritten, Tuning sieht so aus. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein. Ciao, ciao.